Herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich möchte Ihnen heute eine Frage beantworten, die uns ein Zuschauer eingesendet hat und zwar die Frage Gold-Silber-Ratio. Was bedeutet dieser Fachbegriff? Ein Gold-Silber-Ratio ist nichts anderes als das Verhältnis von einer und zu Gold zu einer und zu Silber. Das heißt, teilt man den heutigen Tagespreis auf Euro-Basis von 1206 Euro, durch den aktuellen Silberpreis von 18,08 Euro kommt man auf ein Verhältnis von 1 zu 66. Und diese 1 zu 66 bedeuten im Prinzip, dass man eine Unze Gold für 66 Unzen Silber zum heutigen Tag bekommen würde. Was sagt uns diese Zahl und warum erkläre ich Ihnen das? Das Verhältnis wird von vielen Experten zur Hand genommen, um eine Indikation zu bekommen, ob der Silberpreis im Verhältnis zum Goldpreis in der richtigen Korrelation aus geschichtlichen Hintergründen steht. Es ist nämlich so, dass der geschichtliche Wert über die letzten 1000 Jahre zeigt, dass eine Unze Gold zu einer Unze Silber ein Ratio von etwa 1 zu 10, 1 zu 15 besaß. Natürlich hatten wir verschiedene Marktphasen, aber das ist der Durchschnitt. Das heißt, wir sind heute rein vom Silberwert ausgehend im Verhältnis zum Gold stark unterbewertet und wenn die Korrektur bitte einschreitet, dann würden wir beim Silberpreis etwa eine Vervierfachung, vielleicht auch eine Vervünffachung erleben. Natürlich hängen hier verschiedene wirtschaftliche Faktoren dran, die man schlecht absehen kann, wie beispielsweise die Förderung, wie beispielsweise die Produktion der Automobilindustrie. Das muss ich Ihnen alles nicht sagen. Darin kennen Sie sich wahrscheinlich selbst sehr gut aus. Liebe Damen und Herren, wir möchten Ihnen kurz zeigen, wie Sie das Gold-Silber-Ratio finden, indem Sie hier oben auf Gold klicken und alle Gold-Charts anzeigen lassen. Dort finden Sie dann verschiedene Charts und ganz unten gibt es einen kleinen Link Gold-Silber-Ratio-Chart anzeigen. Dort sind wir auch schon. Hier können Sie entsprechend die Historie verfolgen. Sie können einzelne Zeiträume eingrenzen, beispielsweise einen Monat und sehen aber auch immer das aktuellste Gold-Silber-Ratio. Das war es. Vielen Dank. Das war meine Frage, die ich Ihnen heute beantworten wollte. Ich würde mich über ein Like unter diesem Video freuen, über Kommentare, Fragen und Anregungen oder wenn Sie unseren YouTube-Kanal auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder rein. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Auf Wiedersehen.